Moin Moin und herzlich Willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch die Keystone Module von Mads Connect vorstellen. Vorab erstmal die Frage, was ist eigentlich Keystone? Als Keystone bezeichnet man ein modulares Anschlusssystem mit standardisierten Steckverbindern für die optische oder auch elektrische Signalübertragung. Diese Technik findet ihr häufig in Netzwerkinstallationen, im Hausbau, in großen Rechenzentren, in Büros, Werkstätten oder auch in der Smart Home Technik. Warum solltet ihr die eigentlich auf Keystone Module setzen? Durch die werkzeuglose Montage eines Keystone Moduls spart ihr euch natürlich eine Menge Zeit und Kosten. Diesen Anschluss haben wir euch mal im folgenden Ausschnitt bzw. Clip gezeigt. Ausatmen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wie ihr seht, braucht ihr lediglich ein Modul für drei verschiedene Einsatzzwecke. Auf den folgenden Seiten habe ich euch nochmal kurz und knapp die Vorteile von den Keystone-Modulen aufgezeigt. Hier seht ihr die Vorteile der Keystone-Module. Ein Modul für verschiedenste Anwendungszwecke. Wie ihr in dem Video gesehen habt, können wir ein Keystone-Modul zum Beispiel im Patch-Panel, im Rackadapter oder auch im Unterputz-Modulträger verbauen. Ein Keystone-Patch-Panel muss nur mit der wirklich benötigten Anzahl an Modulen bestückt werden. Falls ihr mal nicht 24 Module braucht, könnt ihr somit ein Patch-Panel von MADS Connect nur mit den wirklich benötigten Modulen bestücken. Zeit und somit Kostenersparnis in der Montage. Durch die werkzeuglose Montage habt ihr eine Menge Zeitersparnis und somit auch Kostenersparnis. Zudem haben wir nochmal einen Vergleich aufgeschrieben einer doppelten Gira-Netzwerkanschlussdose und dem passenden Modul von Keystone und dem Modulträger. Dort seht ihr auch nochmal ganz klar die Kostenersparnisse rein an dem Material. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Smart-Fact-Video. Falls ihr Fragen zu den Produkten oder zu dem Keystone-System habt, könnt ihr uns gerne anrufen oder uns eine Mail schreiben. Also, bis zum nächsten Mal.